Ness? Hey. Was ist los? Als wir uns das letzte Mal trafen, da war ich einfach nur auf der Durchreise. Jetzt bin ich fest hier und... Was? Und was? Komm schon, es ist komplizierter geworden. Ja, warum Ness? So was spricht sich rum. Und wenn schon? Die sind beim FBI, hast du das vergessen? Ach, ne Menge Leute von uns für die Beziehung. Und was wird deine Freundin von der Staatsanwaltschaft dazu sagen? Gar nichts. Hier, ich bin fertig. Das ist alles, was du brauchst. Äh, was denn, so spät? Willst du es nicht haben? Na klar will ich es haben, Charlie. Das weißt du doch. Ich meine nur, wir fahren erstmal viel mit dem Boot raus. Könntest du den Kurs des Schiffes berichten? So ungefähr. Es ist ein großes Raster geworden, das ihr absuchen müsst, aber ihr habt eine Chance von 83 Prozent, dass die Schiffsbewegungen drauf sind. Es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Sie waren nur im Flachwasser der Reich. Der größere Ändern ist. Nimm den Kursus mal mit dem Kursus. Aber das ist ja alles in der Kursus. Ich war noch nicht mit dem Kursus. Aber ich war nicht mit dem Kursus.